Hey Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Was ist das für eine Antwort? Max Schradin, Berlin, was genau? Seid ihr gut drauf, oder was? Hey Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Ist das nicht so eine Antwort? Max Schien, Fanboys, ist es gut, sich nicht zu fighten. Nach dem Battle könnt ihr so wie Schradin schreien. Teil, er will, dass wir uns überfällt, gibt's streiten. Aber ihr werdet seit nach dem Battle leise. Die Wahl eures Vorbilds, ja, die ist schon ziemlich nice. Jer bekommt aktiv Flashbacks, wenn Schradin wieder schreien. Aber Punch-1 gegen Jer sind doch an sich gar nicht nötig. Wollte sich John the Player nennen, aber das war ihm zu persönlich. Ich rufe drei Teile an und fuck me back by J.A.S. Bart. Und er sagt einfach nur ja. Ey, ihr seid nicht mal ein Fanclub, denn ihr lacht Schradin nur aus. Wir feiern wie bei Runden, ihr so. Hahaha, der rastet aus. Ich koch für euch! Ich stell mich hinterher, ein Jahr lang, in der Kantine, halbnackt! Ich koch für die Bären, halbnackt! Ich koch für die Bären, halbnackt! Maxi Fanboy, es ist um sich nicht zu fighten. Nach dem Battle kommt ihr so wie Schradin schreien. Tyler will, dass wir uns überfällt, gibt's streiten. Aber ihr beide seid nach dem Battle leise. Maxi Fanboy, es sind jetzt da. Aus Dorpsmond kommen ständig nur verkrampfte Töne. Ich krieg schon Lungenkrebs, wenn ich's versuch mir anzuhören. In der Quali, so wie viele Kunus hat das Haar. Dass ihr euch mit HQ nicht auskennt, war schon jedem klar. Ja, ja, Dopp hat keinen Text. Schaut mal, der verliert grad. Sehe da kein Inhalt. Glaub, da brauch ich noch Papierkram. Dopp fängt an zu rappen. Aus seinem Mund nur blöde Pisse. Ich schlag dir ins Gesicht. Ich schlag dir ins Gesicht. Maxi Fanboy, es ist um sich nicht zu fighten. Nach dem Battle kommt ihr so wie Schradin schreien. Tyler will, dass wir uns überfällt, gibt's streiten. Aber ihr beide seid nach dem Battle leise. Maxi Fanboy ist ein Star. Nicht wie Maxi Fanboy ist ein Star. Nicht wie Maxi Fanboy ist ein Star.